ja typisch es findet wieder mal keine updates nicht schon über monate typisch windows gibt es eine lösung wie man das findet die ganzen updates ohne dieses programm da weil das spinnt immer immer wieder typisch microsoft es gibt kein einziges windows das was nicht zickt und spinnt finde ich bitte um antwort ihr könnt mir alles schreiben dazu gibt es ja auf youtube die schöne kommentarfunktion es ist ein windows 8.1 und internet haben wir voll empfang